Bei mir ist die Sache, ich suche den größten Hebel, wie ich die Gesellschaft verändern kann. Und da gibt es nicht viele Studienfächer, wo man das so breit entdecken kann. Und deswegen bin ich hier, damit ich jetzt in alles Mögliche reinschauen kann, wo es um die Transformation von der Wirtschaft geht und ich herausfinden kann, wo kann ich mich am besten einbringen. Was ist das Besondere für dich hier in der Hand gegangen? Ich habe ProfessorInnen, bei denen ich mit allem möglichen Projekten ankommen kann und von denen ich richtig gutes Feedback bekomme und das macht richtig Spaß. Und auch in den Modulen ist so super viel Freiheit, aber gleichzeitig auch genug Orientierung, dass ich nicht allein gelassen werde, aber gleichzeitig eine unglaubliche Freiheit habe, mir was auszusuchen und das zu finden, wo ich mich am sinnvollsten fühle.